Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play The Legend of Zelda Majora's Mask. Im letzten Part haben wir uns ein Herzteil schwierig ergattert. Muss man ehrlich dazu sagen. Wir haben die Fotobox bekommen. Es ist die erste Nacht. Ich glaube mehr gibt es noch nicht zu sagen. Ja, eine helle Eule. Kennen wir schon. Und hier steht jetzt etwas geschrieben. Und zwar sind dann Noten, die besagen folgendes. Und ich hoffe einfach mal, dass es bei euch nicht so laut ist in der Aufnahme. Insofern kann ich in diesen Sequenzen einfach nicht sprechen. Also darf ich da nicht so. Und ein neues Lied haben wir gerade eben gelernt. Das Lied des Schwingens. Das Lied des Schwingens. Keine Ahnung. Irgendwie sowas. Und weiter geht's im Text. Schon wieder habe ich mich aufgepasst. Alles klar. Ich muss ja lachen, bevor wir immer auf meine Uhr gucken. Entschuldigung, eine kurze Videosequenz. Ja, dieses Gebiet wird erst... Ähm... Hier werde ich erst wieder hin kommen, nachdem... dieser... Intervall-Runde vorbei ist. Ich werde jetzt doch lieber Intervallen nennen. Klingt besser. Ach, jetzt muss ich noch mal in der Träse. Oh cool, ein Dekoschock für uns. Oh... Lol... Hallo... Aber die habe ich auch gefreut, ich bin hier. Da da da... Alter... Da 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 da. So... Jetzt sind wir hier. Sieht aus wie ein Deko-Teiler. Aktivieren wir erstmal diese eulenden Statue. Obwohl ich für dieses Gang keine Saves brauche. Ich würde irgendwie gut finde... eben wegen Emulator und sowas alles... Ah nein, 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 das ist nicht entdeckt! Dankeschön! Da hin! Nein, das tut mir nicht! Nein, das tut mir nicht! So... Tank Artillerie... Nein, keine Ahnung was das für ein Teil ist... Uuuuh! Auf jeden Fall hat es getroffen! Ja, und wir haben schon... Meine Fresse, wenn uns schon aufgefallen ist... Eine Ruhe! Was da wohl drin sein kann? Schauen wir mal nach! Halleluja! Und das ist unser... Ja, fünftes Leben! Ja, ich habe schon gesagt... Meine Nahrhust du hat mir auch immer wieder zu tun... Verfiss dich! Es war ein Schwanz, Rubien. Wenn ihr's jetzt wissen wollt woher ich das Wort Schwanz habe, dann das kriegt ihr nachher noch aufs... also Zwansch eigentlich... Halleluja und tot! Mein Gott... Du willst ja lustig, warum hatte ich denke so? Und da fahren wir schon wieder weiter. Auf dem Weg zu einem neuen Herzteil. Ja, da will ich mich schützen. Ja, das ist ein Gegner, ich will mich schützen. Ja, die können mir wehtun. Einen Moment, Leute. Ja! Oh, da bin ich wieder. Ja. Oh, ein Headshot. BAM! Habt ihr den immer vertreten, auch nicht geholfen wird? BAM! Das war mal ein Wasserballersatz. Und ich sehe schon wieder ein Herzteil, was wir schon mal gesehen haben. Allerdings werde ich mir das nicht holen können. Wow, scheiße. Fällt es eben gerade ein? Da ist was mit dem... Timer. Ja, schön, dass das fertig ist. 10, ne? Hab ich gerade 10 gelesen? Ja, 10. Perfekt. Ja, möchte ich gerne. Ja, ich habe nämlich den Leko-König fotografiert und das heißt... Ach, jetzt Teil. Ja, Leute. Und ich werde jetzt noch eben schnell zur Unruhe-Stadt. Achso, ja. Das Lied der Schwingen. Noch gar nicht benutzt. Ähm, mit diesem Lied können wir zu den jeweiligen Eulen-Statuen, die wir haben... Hinschwingen. Schrägstrich. Fliegen. Und jetzt möchte ich wieder zur Unruhe-Stadt. Und dort werde ich dann auch diesen Part beenden. Ich glaube, damit wird heute mal so für heute Schluss machen und so. Vielleicht mal kurz saven und dann geht das. Ey Leute, ich hoffe, euch hat es gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüsse.